Da sind übrigens die Kaffeemaschinenhersteller draufgekommen. Die haben den Trend von den Nokia-Telefonen aus den 90ern jetzt aufgegriffen und liefern und die Kühlschrankhersteller auch und liefern, bei den Kaffeemaschinen legen sie sie bei, beim Kühlschrank musst du sie extra kaufen, so Farbschalen für dein Haushaltsgerät dazu. Wie diese Thermomix-Aufkleber. Was ist eine Farbschale? Eine Farbschale ist so eine Plastikhülle, die du halt dann... So eine Blende, so eine andere Farbe. Ja, kannst du über die Tür von deinem Kühlschrank. Ja, okay, okay. Und dann haben sie so zur Illustration in der Präsentation im PowerPoint, haben sie dann so vier Bilder vom gleichen Raum und dann steht halt da der rote Kühlschrank und dann haben sie irgendwie einen Strauß Rosen dazu, weil das passt dann voll gut. Und am nächsten Bild haben sie irgendwie ein Butterbrot und dann haben sie den Kühlschrank gelb dazu gemacht. Butterbrot? Ja, weil es gelb ist. Okay. Naja, muss man alles nicht verstehen, aber das machen sie jetzt. Und auch bei der Kaffeemaschine so, hey, da kennst du deine Persönlichkeit, nicht nur in dem... Auch bei den Kaffeemaschinen sehr lustig. Ich war bei der Präsentation von DeLonghi und hab dort festgestellt, dass DeLonghi hat Braun und Kenwood aufgekauft, das ist ein Ding. Und sie haben diese große Kooperation mit Nespresso. Die bauen also alle oder die meisten Nespresso-Maschinen sind eigentlich DeLonghi. Und die haben auch so hier, du bist... Du stellst ja deine Persönlichkeit, stellst du auch durch deine Kaffeewahl da und in deiner Familie sind verschiedene Kaffeegeschmäcke. Deswegen jetzt Highlight von der neuen Maschine ist irgendwie, dass du so vier Presets haben kannst auf der Maschine. So, du willst eher mehr Milch und deine Frau eher weniger und dann machst du halt... Ne? So Customization war ein großer Trend. Gab es noch neue Modelle mit iPad-Steuerung für die Kaffeemaschine? Weil das war vor drei Jahren, glaube ich, als wir uns das letzte Mal auf die war das ein heißes Thema und ich fand das geil. Einziger Mensch der Welt, der hat sich gedacht, wow! Aber das ist super auf dem iPad. Da sind tausend möglichen Variationen und so weiter. Die Kaffeemaschine kannst. Ich habe mal so einen Kaffee aus so einer iPad-Maschine bekommen. Ja. Und der war völlig in Ordnung. Das war aber auch so eine... Das ist fein. Ja, das war so eine Firma, die hatte extrem viel Geld. Das war so eine Firma, die hatte sehr, sehr, sehr viel extrem Geld. Vielleicht sogar eine der größten Firmen der Welt, die iPhones baut. Und die hatten diese Maschine mit der iPad-Steuerung. War eine alte iOS-Version drauf, weil die App wurde nicht geupdatet. iOS 11 wird gut. Wenn deine Kaffeemaschine nicht mehr funktioniert, weil du nur 32-Bit abpasst. Ja, mein Kaffe ist 32-Bit. Tut mir leid. Das war alles Gerät. Rumschleppen dafür. Ja, nee, aber das war ja fest eingebaut auch. Diese Kaffeemaschine in den Tisch, die war ja so groß wie eine Spülmaschine unten drunter. War das die mit diesem einen silbernen Hahn, der dann... Ja, okay. Es gibt noch ein neues Ding mit so einem silbernen Hahn, der aus dem Tisch rauskommt. Ich glaube, das war für Wasser. Ja, das gibt es für Wasser und für Saft. Also ich habe da so eine Wirtschaft bei uns, die haben aus dem silbernen Hahn, der kommt aus dem Tisch raus und da kommt Bier raus. Und da ist noch keine iPad-Steuerung, das ist um so ein Hahn. Und spätestens jetzt weiß ich, dass ich in München bin. Aber freilich. Es gibt ja auch noch diese britische Art von Zapfhähnen, wo wirklich mit der Hand gepumpt wird, wo so große Wege überwunden werden müssen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Um wirklich aus dem Keller das hochzupumpen. Wie an einer Wasserpumpe. Das ist auch sehr gut. Es ist auch so zwei so Hähne. Eine kommt heißes Bier und ein kaltes Bier. Da muss man die immer drinnen und her. Kaltes Bier in England, Vorsicht, das wollen wir nicht anfangen. Du musst ja irgendwie das lauwarme Bier hinbekommen. Heißkalt. Das ist das Geheimnis. Ja. Naja, also iPhone wird insgesamt spannend. Es gab eine Menge an Zubehör fürs iPhone, was sich mir nicht gleich erschlossen hat. Dann habe ich gefragt und dann konntest du es mir auch nicht erklären. Das war so ein Stand. Die hatten so Lightning-Adapte auf zweimal Lightning. Okay. Ich glaube, es ist dafür da, um gleichzeitig nochmal den zusätzlichen Kopfhörer unten nochmal zu laden. Mhm. Aber halt so wackelig, dass es irgendwie nicht gut gehen kann. Adapter. Ich habe schon was mal gekauft. Mhm. Ist großer Dreck. Gut ausgesehen, ehrlich gesagt. Ja, also ich, also es kann offensichtlich, also hier, was ist die Kamera, die? An die Hörerschaft und Zuschauerschaft. Wenn ihr einen Doppel-Lightning-Adapter habt, der funktioniert für da Audio anschließen und da laden, bitte mal, und der A, nicht 400 Euro kostet und B, nicht kompletter Rotz ist, bitte Bescheid. Die iZone ansonsten ein bisschen sehr nettes Spielzeug und zwar von Sphero. Das sind die, die diese Ballroboter machen. Die hatten einen sehr großen Hit mit dem BB-8 von Star Wars, der gar nicht so toll ist, weil der, der ist so ein bisschen, hat so einen Schlag am Kopf dann. Aber sie haben jetzt irgendwie einen R2-D2, den du fahren kannst und was total toll ist, ich finde den Film gar nicht so toll, aber das Spielzeug ist so super, einen Lightning McQueen. Ja, der stimmt. Der als, als Augen hat er ein kleines Display drin, das heißt, der kann gucken und der hat halt diese, diese, diese Emotionen durch, durch Lowrider-Mechanik drin und das ist voll süß. Also ich habe das kurze Video gesehen, was du gemacht hast und das spricht mich auch schon an. Da muss man schon sagen, also alleine dieses, diese, ich meine, das ist keine, keine irgendwie Welt, groundbreaking, wie das auch immer auf Deutsch heißen mag, Idee, aber dieses, wir machen die Frontscheibe ein Display und da machen wir Augen rein, damit er sich so bewegen kann, wie im Film und damit Emotionen übermitteln kann. Großartige Idee. Also, ja, hier zahlt sich aus, Kinder zu haben. Ja. Einfach vorgeben, für die Kinder zu kaufen und für sich selbst. Ja, okay, ich sehe das ein. Ist das der hier? Wir schauen mal kurz in das, in das Marketing-Video rein. Ja. Und das ist so gut. Ja. Bewegt der den Mund davon, aber nicht, oder? Ich glaube, das ist Quatsch. Der Mund bewegt er nicht, aber die Augen und die, die Artikulation, die Räder rauf und drunter sozusagen, das funktioniert und er kann halt, er kann halt hübsch diesen hier machen. Das ist wirklich sehr nett. Ich habe den im Kino gesehen mit meinem Sohn auf Finish. Es waren zwei Stunden unterhaltsam waren sie. Hat es Sinn gemacht irgendwie? Ja, ja, ich habe die Grundstory verstanden. Ja, ansonsten, also, ich habe ein paar Sachen, die ich mir vielleicht nochmal in echt anschauen möchte, aber so insgesamt hat das, eigentlich hat, das ist so die große Geschichte von der IFA wahrscheinlich, das iPhone hat alles auf, also das Smartphone hat alles aufgefressen. Ja, es ist, es geht, alles ist, alles ist nur noch irgendwie ein Zubehörteil für, also fast alles. Die Gasherde jetzt nicht, da haben sie sich noch zurückgehalten, aber alles andere ist ein Zubehörteil für das Smartphone. Ja, das ist interessant. Ich meine, dieses ganze Jahr, 2017 ist ja beherrscht von Bildschirmen, die von Ecke zu Ecke gehen und von zwei Kameras, also jedes Smartphone ist ja irgendwie aufgesprungen auf diesen Trend, zwei Kameras zu verbauen, unterschiedliche Dinge damit zu machen und den großen Bildschirm und jetzt ist Apple ja wahrscheinlich irgendwie der letzte im Jahr, der das, der danach nachziehen wird, also was den Bildschirm angeht, die Kameras gibt es ja schon. Ja, und dann gibt es noch die Firmen, die den Trend verschleifen. Ja, ich meine, also das Pixel wird irgendwie in einem Monat vorgestellt, glaube ich, das Pixel 2 und da sehen die ersten Leaks nicht so aus, als ob sie dem Trend folgen würden. Aber man kann ja auch mal gegen den Trend, aber warum nicht auf jeden Hype aufspringen? Ja, einfach mal eine Farbschale drauf kann. Einfach mal so ein Jahr aussetzen. Holzhülle. Und was Hübsches reinlasern. Ja, weißt du, so ein Motiv von irgendwas, was man so auf einer Clipart-Seite gefunden hat. Ja, super gute Idee. Es gab noch mehr, es gab sehr viele Drohnen-Spielzeug-Sachen. Eine Firma war sehr, sehr, sehr darauf bedacht, hinzuweisen, darauf, dass sie eine Star-Wars-Lizenz haben. Und die haben halt, die sind zu Lucasfilm gegangen und haben gesagt, guten Tag, haben sie mal eine Lizenz für Objekte aus Star Wars, die grundsätzlich fliegen können. Und dann haben sie sich eine Drohne entwickelt. Und egal, was sie da von Lucasfilm für ein Objekt bekommen haben, haben sie einfach unten vier Propeller dran gestraubt. Und es gibt Darth-Vader-Helm. Was? Fast. also halt zum Beispiel die Speeder-Bikes aus Return of the Jedi, die halt einfach unten keine vier Propeller haben. Ja. Und dann hatten sie halt so ein Hindernis-Parcours aufgebaut und dann sollte da irgendjemand mit diesen Speeder-Bikes durch diese Ringe durchfliegen und hat nicht geklappt. Und das war auch, das war Quatsch, weil die einfach so nicht fliegen. Die Speeder-Bikes, die hovern nicht so und rauf und runter und Sachen. Ja, aber sie fliegen ja irgendwie so ein bisschen. Aber nicht anders. Es ist halt so traurig, also es gibt auch ganz, also 98 Prozent aller Videospiele, die so eine Franchise-Button haben, sind scheiße. Also wirklich. Das kann aufsichtlich nur Lego. Alles in die Marke investiert und dann null in die Entwicklung.